Herzlich Willkommen zu der Berlin-Igaberti SVMV gegen die zweite Mannschaft des BFC Nau. Erzlich Willkommen zu der Berlin-Igaberti SVMV gegen die zweite Mannschaft des BFC Nau. Erzlich Willkommen zu der Berlin-Igaberti SVMV gegen die zweite Mannschaft des BFC Nau. Erzlich Willkommen zu der Berlin-Igaberti SVMV gegen die zweite Mannschaft des BFC Nau. Erzlich Willkommen zu der Berlin-Igaberti SVMV gegen die zweite Mannschaft des BFC Nau. Im neuen Spiel ist die Nummer 10, Oma Stefan Thu und rausgegangen dafür ist die Nummer 3, David Hahn. Erläuter Anschlusstreffer für den SVM von Berlin, Torschütze zum 2 zu 4, Mitte Nummer 23, Tobias Schadau. Erläuter Anschluss!